Willkommen zurück zu Diablo 3 Hardcore Meister mit Glau 1083 und der Waven LP. Hallo! Hallo! Moin! Moin! Wir müssen heute ganz schnell reden. Moin, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, kann ich nicht. Ich bin zu müde für. Und wir müssen hier im Kreis laufen, immer im Kreis laufen. Wuhu! Okay. Wir dürfen uns nur sofort bewegen. Drehwurm! Wuhu! Immer einen Kreis weiter. Das geht aber, das geht. Ja, wir leben wieder. Wir sind von den Toten auch verstanden. Ich lebe ja immer noch. Ich lebe ja immer noch. Ja. Ich muss euch noch zeigen, wie das geht. Gebt noch ein bisschen an. Ja, muss ja, oder? Hihi. Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs zur Verlassenen. Habe ich das jetzt richtig? Ja, hast du richtig. Dann wollen wir mal loslegen. Das heißt, ein bisschen ist dahin, wo wir letztes Mal gestorben sind. Oh Gott. Hier geht schon wieder Angst. Wollen wir direkt wieder in die untere linke Kopf da? Die kennen wir schon so gut. Ja. Oh, schreien der Gunst. Perfekt. Okay, dann Rainer. Oh, ich habe null Sachen noch. Ich habe mir eben noch was gecraftet. Ich muss erst mal gucken, was ich hier gerade mache. Was ich hier gerade spiele. Ich bin nämlich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das ist immer noch der Demon Hunter. Halt, nein, das ist ein neuer. Ja, das ist ein neuer Demon Hunter. Also ihr habt die gleichen Klassen jetzt mal neu gemacht, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ihr hättet ja theoretisch auch andere nehmen können. Ach, ihr habt da hinten auch welche? Sag das doch. Das doch. Da hinten? Da kamen wir her. Die kamen als erstes. Ja, die habe ich nicht gesehen, die Gegner. Komischerweise. Die habe ich erst gesehen, als ihr dagegen gekämpft habt. Ach, richtig. Ja, wer hat hier jetzt wohl nicht aufgepasst, ha? Ich habe ja Spott, das heißt... Warte mal, ich muss mal gleich eben ein bisschen noch den Spielsound runterstellen. Ja, mache ich auch gerade. Ich habe den anscheinend irgendwie zwischendurch mal höher gestellt. Ich habe den irgendwie... Ja, ich auch. Okay. Nur sowas sollte man in Absprache machen, nicht dass wir wieder sterben. Ach, gleich. So, erste Blu-Gruppe. Aber wir sind... Oh Gott, oh Gott, nein, ich will es nicht wissen. Ich habe einen engen Gangs, das ist mir vereist wirklich böse, muss ich sagen. Oh, Eis. Ich habe so einen schönen Dots. Jetzt geht es schon wieder. Damit habe ich auch die andere Gruppe da platt gemacht. Das war aber knapp. Das war wirklich knapp. Das soll ich nicht einkesseln. Nein, nein, diesmal bin ich weg. Das sage ich dir. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, ey. Oh, die haben ganz schön... Weil hier ein engen Gangs ist echt übel. Oh, ich bin... Warte mal eben, ich muss hier schon wieder aufpassen. Oh, wir sind schon am Eingang. Wir sollten dann gleich in andere Richtung rennen. Falls wir es nochmal machen. Oh. Okay. Das macht ja auch so viel Schaden. Ja, einer down. Ja, sehr gut. Weiter down. Perfekt. Perfekt. Ich musste bei ihm gleich noch in die Stadt. Ich habe vergessen, Eiltränke zu kaufen. Und dritter down. Wie viel hat er denn? Wie viel hat er denn? Ich habe irgendwie null. Ich hatte nur einen dabei, leider. Also bei Erden potte ich eben zurück. Wir machen das jetzt ja schon mal weiter. Ja, ich potte mich. Ich muss mir einen kurzen Sinn. Genau. Gut. Tut mir leid. Habe ich nicht dran gedacht. War das, es gab meinen Tänent oder Larus, was weg war? So ein bisschen weggebrochen. Ich glaube, das war eins. Ich habe es auch gehört. Okay. Aber jetzt ist es okay. War es mal weggebrochen? Ja, du warst dann, dann, dann. Äh. Dein Geräte war so ein bisschen weggebrochen. Aber alles gut. Vielleicht schlechte Verbindungen gerade oder was. Keine Ahnung. Level up. Dieter. Tja. Ich habe eine neue Fähigkeit. Ich mache die einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Komm, besser ein bisschen stück zurück. Äh, du kannst sie brauchen. Wieso habe ich denn nur... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was denn? Ich habe irgendwie nur 500 Gold in der Tasche. Ich hatte aber letztes Mal mehr. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Hast du hier vielleicht Taschenplätze, äh, hier Trumplätze gekauft? Das kann natürlich sein, aber dann eigentlich achte ich mal darauf, dass ich genug habe, um mir Heilträge zu kaufen. Achso, ja, Gott, ich kann dir Heilträge, glaube ich, geben. Die sind nicht gebunden, ja. Ja, es geht auch so. Pass einfach auf. Einen habe ich ja jetzt wieder. Okay. Wer braucht die gerade auch nicht bei der Gruppe? Oder zwei oder drei. Das fehlt schon. Ihr seid weitergegangen, ja? Ja, ja, nur ein paar Meter. Ja, nur ein Stück. Nur ein Stück. Ja, hier ist noch einer. Ich werde den nochmal in-flat machen. Mhm, kommt der hinten her. Wenn du Hilfe brauchst, dann auch Bescheid. Nö, nö, das ist nur normaler. Ich weiß nicht, was diese Fähigkeit hier macht. Hm. Ah, Angriffsgeschwindigkeit erhöhen, okay. Wir müssen es den Boot mit dann irgendwie. Nicht genug, so. Dann kloppen wir uns hier tot. Ja, die Brutmütter sind echt nervig, ey. Ja, aber passt. Kommen wir jetzt. Ne, hier ist noch einer. So, ich will ganz kurz noch mal in- Wenn ich nur noch eine neue Fähigkeit habe, wenn ihr auch ein Level abhackt, passt schon. Ich benötige mehr Zorn. Also, er ist da gelber. Oh. Super. Die geschmolzen müssen wir wirklich aufpassen, ne, wenn die explodieren ja wieder. Wenn sie sterben. Die Drecksecke. Ich zieh sie mal auf mich. Bist der Tank? Ja. Die müssen auf dich schießen, du gehört, genau, du bist der Tank. Wo ist unser Heiler? Ja, den haben wir nicht. Hier. Auch hier. Jetzt haben wir schon bei Jan Hegenberg gelernt, dass der Heiler der wichtigste ist. Der Heiler. Der Heiler. Der Heiler. Meine Fresse, die Etsy halten aber eine Menge aus, ne? Wieder so neftige Gruppe an der gleichen Stelle wie die letzte Mal, ne? Der war auch hier ungefähr. Ja, das ist wirklich so. Ungefähr. Weg da, weg da, weg da. Jetzt hat der Ex explodiert. Huh. Okay. Das war zu weit. Im roten Zeug sieht man nix. Weg. Ah, sehr gut. Geht doch. Ja, wir können ja auch nicht immer versagen. Nee, nicht immer. Nee, ich glaub nicht, dass sie noch mal Bock hat, hochzuleveln. So früh. Das wird mir passieren. Definitiv. Ich kenn mich ja. 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 Ja, eine Abonnentin hatte ja, die Laura hat ja gewettet, dass du SRF Level 20 stirbst. Das hast du wohl verkackt. Hat sie? Ja. Ja, hat sie wohl verlorene. Ja. Tja. Und mich hat's auf Level 40 geschätzt, bin ich mal gespannt. Explodiert. Oh, Schulterpanzer getroppt, mal gucken. Ah, brauche ich immer nicht. Ah, nur crap. Magischer Strahlkommen, 21 Schaden pro Sekunde. Plus vier Erfahrungen. Ein Hand? Ähm. Ja. Willst du es haben? Ich... Äh, nee. Ich hab meine Schwerte. Ja. Willst du Schwerz ertragen unbedingt? Nicht unbedingt, aber die ist gelb. Achso, das ist dann glaub ich die, die ich gebaut hatte, ne? Die 60, 60,1. Äh, weißt du? Okay. Wir hoffen, dass unsere Angriffsgeschwindigkeit jetzt um 8% erhöht. Und wenn ich jetzt aktiviere, sogar um 15%. Das heißt, ihr müsst jetzt eigentlich 8% mehr Schaden machen als vorher. Geht's jetzt? Danke. Okay. Sehr cool. Achts mal auf euer Schaden, bis das wirklich hoch geht. Unter I der Schaden. Wenn ich jetzt anmache. Ja, geht hoch. Das finde ich gut. Also der Templer ist wirklich hier... Ne, wer heißt er? Crusader? Ne. Crusader. Ne, Templer. Kreuzruder. Kreuzruder. Äh, deutsch. Äh. Und rein. Deutschruder? Was? Willst du jetzt ein, zwei Hälteren haben? Ich hab 13 Stück, das ich brauche jetzt gerade. Ich hab einen und der reicht glaube ich erstmal. Mein Zorn reicht dafür. Ja. Wenn du deswegen stirbst, dann bist du selber schuld. Dann muss ich leveln. Habt ihr den gerade rangezogen oder ziehen sie sich selber ran? Nee. Entschuldigung, das war ich. Ihr habt sie nie rangezogen. Äh, die Fähigkeiten werden wirklich rausschmeißen. Bitte. Ich stand dann irgendwie genau in denen drinnen. Fand ich nicht so schön. Okay, wollen wir gleich mal Fähigkeiten checken, oder? Ja. Ähm. Oh. Oh. Ich hab ne Einhandarmbrust. Die ist besser als mein Doppelbogen. Mein Zweiharmbogen. Toll. Und ich hab keine zweite Einhandarmbrust. Falls euch jemand auch einer dabei hat. Aber du hast einen Kücher, oder nicht? Nee, ich hab keinen Kücher. Oh. Okay. Was ist das denn? Ausweichschuss. Durchfächer hab ich jetzt auch noch. Durchfächer ist sehr gut. Besser ein Messer. Ja, gut. Das sagt, äh, das Wort an sich schon. Ähm. Ja. Du möchtest uns irgendwas sagen? Nee, nee. Ich hab mir nur meine Fähigkeiten angeboten. Achso, weil du, äh. Ihr seid, ihr seid schon raus, ne? Ja, ja. Ich bin schon da, bin schon da. Wir zerstören gerade den Friedhof. Genau. Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Oben oder unten? Hat er meine Münze? Haha. Schnickschnackenschnack. Unten. Ähm. Über unten hin. Genau. Fertig. 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 Womit? Mit der, mit der... Ich hab oben eben Clear gemacht. Achso. Ah, sehr gut. Das Geldkönig schon tot? Ne, Diablo liegt. Ach, Diablo. Ich bin immer noch unheimlich auf den neuen Akt gespannt. Ich hab den immer noch gar nicht gespielt. Ich auch nicht. Deswegen. Ich hab mir das extra für dir aufgewahrt. Aber, naja. Sarah, du hast den schon gespielt, oder? Ja, hab ich. Lang. Echt lang? Ja. Schon wieder vorerst. Also, hätte ich nicht gedacht. Oh. Sind ja wieder diese Eisen... Oh. Ja. Ich hab keinen Halt dran mehr. Ja, wie sagen die denn immer diese Eisenfähigkeit? Das nervt mich. Spott ihn an mich. Ja. Hier. Wir sind gleich im Eingang. Ja, ja. Er ist das tot. Walter ist tot. Okay. Da war der Halt. Ich dachte mal eben ein, zwei Halt tränke. Ja, danke. Ich weiß noch nicht, wie ich das... Da muss ich nicht drauf geachtet haben, irgendwie. Hm. Als ich letztes Mal Taschenplätze, äh, gekauft hab, weißt du? Mhm. Ja, gut. Na ja. Dankeschön. Kein Ding. Ja, nimm von mir auch noch. Ich sammle ja auch grad wieder Gold. Also, ist ja... Alles gut. Ja, ich hab aber auch gerade genug dabei. Naja. Außerdem hab ich ja den Hiel da und... Das geht dann eigentlich. Wer noch eine zweite Armbrust droppt, oder... Kücher, dann... ...könner Info mal... ...geben. Ja, klar. Alles klar. Wir haben eine sehr gute Einhand-Armbrust gefunden, aber... ... keine zweite. Ah, lecker Cappuccino. Prost. Und Larum-Bierchen dabei, oder was trinkst du? Oder gar nix? Äh, im Moment gar nix. Ich hab nicht mal was zu trinken hier gerade. Oh. Das kannst du eh sagen. Okay. Oh, hier ist ein Event. Ah, das... Hallo Eddie. Ja. Grafräuber haben mein Graf entweiht. Nun bindet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können. Nup. Einfach. Naja. Wenn sie meint. Na nü. Jetzt kann ich nicht schlagen. Was machen wir, wenn wir noch mal so ne heftige Truppe wie letztes Mal treffen? Ja. Lauf. Töten. Ja. Also kein... Kein weglaufen. Sondern... Ne. Ich mein, das Spiel muss ja irgendwie zum Meistern sein, ne? Kann ja nicht sein, dass das... Ja. Ich glaube wir müssen auf die anderen Dinge, sonst kommen dann endlich wieder raus. Das glaube ich auch. Vermute ich. Ey, der hat immer mehr Leben. Eben hat er nur 18.000. Da hab ich so ein bisschen viel Ez hier am Bein. Lass mich in Ruhe! Aber... Kann nicht sein. Ich hasse Fernkämpfer. In Diablo 1 wollte er auf keinen Fall den Magier spielen. Weil er als Fernkämpfer ist. Muss ich den Magier spielen. Hier wollte ich auf keinen Fall Fernkämpfer spielen, jetzt muss ich den Fernkämpfer spielen. Nein. Du hast dann gesagt hier, ich fand den so geil den Magier, dass ich wieder Fernkämpfer spiele. Ob er in Diablo 3. Ja, ja. Ne, das stimmt so nicht. Naja, ungefähr. Ja, ne, ne, ne. Ruber. Dann erzähl du es. Ich muss... Nein, ich musste das ja jetzt diesmal hier machen. Aus dem einfachen Grund, weil ich, ähm... Weil ihr schon zwei, ähm... Zwei Melee's seid. Da kann ich ja nicht noch ein Melee machen. Hast du selbst gesagt. Ja, aber du bekommst du, das ist trotzdem freiwillig. Wir haben dich nicht gezogen. Also ich kann nicht einmal auf den schießen. Ich hab so viele Ads hier, ne. Und die hauen mich mit zwei, drei Schlägen tot. Ich muss immer abhauen. Genau. Jetzt. Haut ihn um. Mit der fetten Keule. Äh, mit der Robenkeule heißt es, ne. Na toll. Was denn? Ich hab immer diese, wenn diese, ähm... Orbs, diese Heil-Orbs, wenn sie so geworfen werden, oder so spawnen, dass sie direkt neben dir auftauchen, die die automatisch einsam ist. Du brauchst den grad gar nicht, weißt du? Ärgerlich. Ich wissen, was ich meine. Oh, was ist das? Oh, ne zweite Armbrust. Braucht jemand ne Schulterpolster mit 18 Vitalität? Ach, das ist ne Zweihand. Ach, das ist... Ein Hand. Ich zwingt. Danke. Ah, das ist ja nervig. Geht's set. Jetzt hab ich ne... Hab ich ne neue Armbrust gefunden, und was hab ich? Ja. Zweihand? Zweihand. Ja, hier liegt noch ne Zweihand. Oh, guck mal. Hier ist der Einhandstandkolben für dich. Für wen? Für mich? Äh, ne, für... Ja, für dich. Achso. Also, er braucht ja... Er braucht ja kein Einhandstandkolben. Oh, schon, warte mal. Ich hab hier... Warte, ich leg ihn wieder hin. Dankeschön. Dann müsst ihr euch mehr schreiben. Ja, das bringt mir aber nix. Wieso nicht? Ja, schon, aber weil, ähm... Der, der, der nimmt mir dann, äh, Ausdauer. Achso. Also, krieg ich dann Zähigkeit. Ja. Viel? 11,5%. Mhm, okay. Ja, ich glaub, Vitalität ist wichtig. Ja, äh, 11% ist einiges, ja. Ja. Du müsstest halt auch mal ein Schild mitnehmen, ne? Jo, erstmal ein gut finden. Ja, also, ich hab... Ich hab leider nur welche... Doch, ich hab Schilde. Ähm, eins mit 30 Geschicklichkeit. Das wär ja was für dich. Oh, ja. Muss ja mal gucken, wie viel Schaden du verlierst, ob's dich lohnt oder nicht, aber... Da droppt auch schon grade ein Schild für mich. Ne, das hab ich gerade hingeschmissen. Achso, das hast du hingeschmissen. Ah, 0,5 Schaden nimmt mir das nur. Ja, das ist ja nix. Jo. Aber 30 Geschicklichkeit hat natürlich auch einiges, ne? Ja. Als von Anfang grade. Gibt's. Oh, danke. Dann guck ich auch immer nach Fähigkeiten, das hab ich mich noch nicht gemacht. Gerechtigkeit. Was ist denn hier? Neue Fähigkeit, cool. Äh, ich will ja nix sagen, aber... Du hast schon nach deinen Fähigkeiten geguckt? Ich hab keine gekriegt. Du hast auch ein Level einfach 15. War nur ne passive. Aber du guck ich später nach. Jo, ihr schafft das schon, oder? Jo. Also, ich würd auch kurz gucken jetzt, warte. Granate, werft ein Granate und springt... Was ist denn passive? Nee, voll gar nicht. Aber meine hat sich gelohnt. Ich hab echt coole Sachen bekommen. Ich will mal gucken, was das hier macht. Das sieht ja mal cool aus, oder? Oh, nein, 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 ich kehre ja nicht in die Stadt. Entschuldigung. Jo, okay. Wieso hast du den überhaupt? Ich hab den gar nicht. Ausweichschuss. Was denn? Nein! Och, ich verklick mich immer. Ähm... Ne, ich nehm wieder die Bolas. Ich verliere jetzt meine Blockchance auf nur 15%. Ist doof, ne? Ja. Ne, ich behalte lieber meine Blockchance. 15% Blockchance ist schon cool. Weil neulich fähigkeit sieht so cool aus. Naja. Was willst du machen? Ich probier das mal so. Merk das ja, ob das besser läuft oder nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie ein bisschen mit Akzent rede. Weil am Wochenende... Oh, gelbe Gruppe. Oh, Schwarm auch noch. Oh Gott. Ähm... Wochenende hätte ich ne Schwäbin und ne... Sechsin. Hier. Natürlich die ganze Zeit... Oh mein Gott. ...mit Dings gesprochen. Der Gelbe ist hart, ey. Zieh die mal auf mich. Wann das mal. Und ich sag gerade auch noch, weißt du, ich kann mal eben jetzt was Neues ausprobieren an Fähigkeiten. Eben meinst du noch ausprobierst nichts Neues mehr. Ja. Super Zeitpunkt gewählt, um das mal wieder zu ändern. Aber die gehen down, die gehen down. Ja, natürlich gehen die down. Oh, da haben wir jetzt mal gerade Schaden gekriegt. So nicht gedacht. Ich hab auch grad den Haltrang nicht über die. Ich würd gehen mal meine... ...meinen Dot immer drauf holen. Dann renn ich die Maustasse will ich nicht mehr missen. Also... Ich hol die mal an mich. Ja, mach das mal. Ihr rennt grad ein bisschen sackgassig. Ja. Da. 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 Jetzt. Das ist diese Eiskugel. Elektrisiert macht relativ wenig Schaden, ne? Ja. Aber bei mir genug, du. Das war bei die Upload 2 so stark, damals. Gott. Das war meine... Meine Hassfähigkeit bei die Upload 2. Schultern. Schultern gibt's jetzt. Hattest du vorher gar keine? Ne, ich hatte voll keine. Ich hab eben gefragt, ob einer meine möchte. Hab ich nicht mitgeregt. Hab ich nicht mitgeregt. So, ich muss das mal wieder umändern. Das war scheiße, was ich hier gemacht habe. Ich hab Schultern mit 18 Vitalität, falls du dir haben möchtest, immer noch. Ne, ich hab selber jetzt Geschicklichkeit und Vitalität drauf. Sehr gut für mich. Gelbe. Gelbe Schultern. Also, sehr gut. Das ist ganz, ganz toll. Das ist ganz, ganz toll. Die haben uns hier die halbe Karte rum. Guck mal, den vergesst ihr immer hier. Ah, schon wieder. Lass ihn doch liegen. Ne, der kommt immer zu mir. Ich weiß auch nicht. Der mag mich nicht. Mein Bildschirm geht gerade aus. Das ist krass, wie die einen immer bis zum Kartenanfang zurücktreiben. Na gut. Wir spielen ja auch Meister, ne? Muss man ja irgendwie auch merken. Ja, klar. Wenn immer mehr. Das hab ich mir auch mal gedacht, ne? Ja. Die haben sich irgendwie gesplittet, geteilt. Das merkt man übrigens gar nicht, dass ich jetzt nur eine Einhand habe. Weil die ist so stark. Die macht mehr Schaden pro Sekunde, als meine ganzen Zweier, die ich gefunden habe. Okay. Nicht schlecht. Ja. Aber ich hätte trotzdem gerne eine zweite. Einen Ambust. Hm. Ich könnte gleich mal in der Truhe mal gucken, ob ich da rumliegen habe, aber ich glaube nicht. Ups. Muss du alles kaputt machen. Lass mich mal die Link lang, oder? Mir ist egal wo. Irgendwas. Sackkasse. Sackse. Ich wollte nur hier aufdecken kurz. Ich hab... Ich hab... Das war gar nicht schade. Äh, oben. Ist random, ne? Ist das? Mhm. Anscheinend gibt's wohl... Wenn's ne vierte gibt's dann Erfolg, den man bekommen kann. Hab mir letztens einer erzählt. Ja, wenn du alle vier da machst. Glaub ich, ne? Ne, ne. Bei der vierten ist dann Event. Und wenn man das macht, dann krieg ich mal eins für das Event. Weißt du? Dann hab ich das, glaub ich, schon. Du konntest schreien. Ja, du musst ja dann auch alle vier machen, weil sonst kann es ja sein, dass du das Event nicht mitbekommst. Ja, aber ich meine das damals schon mal gehört. Okay. Ich weiß. Ich glaub, das gibt's schon immer. Achso, ich dachte, das ist ja durch den neuen Patch reingekommen. Durch den Content-Patch. Gitte! Dankeschön! Dankeschön!